Musik Die Barbie kommt von Puppe, ja. Ja, ja. Blonde Frau sagt man, das ist eine süße Maus. Ja, anders. Äh, Puppe. Ja. Zur Befriedigung eine Gummi. Puppe. Ja, ja. Ähm, ähm, wenn du keine Tussi hast, dann machst du es mit der Hand. Wenn sich an mir ein Weib verirrt, dann ist die helle Welt verirrt. We're no strangers to love, you know the rules. Und so do I, I feel commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Such dir eine neue Freundin. Ich kündige. Wie bitte würdest du das netterweise wiederholen? Ach, meine Ohren sind wohl wieder mit heißer Asche verstopft oder sowas. Dann lies es mir von den Lippen ab. Vergiss es. Meg, 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 meine süße, verirrte, kleine Elevin. Ich glaube, du übersiehst dabei eine nicht besonders nennenswerte, aber dafür umso wichtigere, klitzekleine Einzelheit. Mein Geschlecht schimpft, mich verrät, ich bin der Albtraum aller Peter. Dragon! Star! The Darkness Grave! Get ready for a Kamehameha Wave super-style! Kamehame! Kamehame! It's over 9000! Wir tanzen, saufen und feiern, bis wir umfallen Hey, man lebt nur einmal, was meinst du? Es wird aber Verletzte geben, nicht wahr? Na, ich meine, sowas kommt vor, könnte passieren, ist ja auch ein Krieg Aber macht dir nichts draus, wie auch immer Es ist schon eine Unverschämtheit, was einem so Abend für Abend im Fernsehen geboten wird Ich weiß gar nicht, warum man sich das überhaupt noch ansieht Ich weiß gar nicht, warum man sich das überhaupt noch ansieht Ich weiß gar nicht, warum man sich das überhaupt noch ansieht Ich weiß gar nicht, warum man sich das überhaupt noch ansieht